Hey Leute, willkommen mal wieder zu einem neuen Paar, zu Diplop 2. So, jetzt machen wir endlich mal weiter und gehen mal in die Fabrik. Uiuiuiui. Such deinen Weg durch die Zahnräder. Mach ich. Wir gucken uns mal durch. So, es wird der Zeit einen farbenfrohen Schraubenschlüssel in das Blabla Blabla zu werfen oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das Ziel ist es einfach mal nicht. Oh, du Penner. Muss ich mal wieder Farbe holen. Ich glaube, das war auch gemeint von den Entwicklern, dass das Ding blockiert. Oh, Glück gehabt, ey. Blab ist eigentlich so lahm. Das ist Wahnsinn. Bam, das war knapp. So, wir schießen uns einfach mal hoch. Bam. Wow, 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 nicht ausrutschen. Habt ihr irgendwo Inspiration gesehen? Oh mein Gott, Inspiration. Inspiration, 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 Inspiration. Wir fahren mal eine Runde. Gucken, ob da Inspiration ist. Nein, du hast mich enttäuscht. So. Ach, okay. Leute, ich lasse es doch lieber. Ich gehe da normal hoch. Und jetzt da. Nein, nee, ist noch nicht. Jetzt hat das ein Knopf. Jetzt wahrscheinlich nach rechts. Und bam, 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 bam. Und da oben ist eine Karte. Oh Mann, oh. Oh. Und natürlich ganz hoch an die Karte abschauen. Wow, ein brauner Knopf. Mal gucken, was wir hier noch alles finden. Äh, nein. Ich wollte eigentlich den roten. Äh, ja. Jetzt brauchen wir noch irgendwie eine Blau oder so. Schare. Ich dachte, sie gönnen uns mal eine Blau oder so. Okay. Wow. Alter, sieht das fett aus. Oh mein Gott, ein Gehirn. Wir haben es in die Fabrik geschafft. Hier produzieren, testen, verpacken sie die Bleichtivs. Oh Gott. Laut der Hirne. Diese Produktionstürme werden von ekelhaften Inksgehörnen kontrolliert. Wir müssen sie lahmlegen. Aha. Iiii. Alter, ist das asslig. So, wir fangen jetzt mal so an. Drei Türme. Das ist der Hauptproduktionsturm, wo sie die Bleichtivs zusammensetzen. Okay. Dann erklären wir mal, was wir machen müssen. Legt diesen Turm nahm, um sie daran zu hindern, noch mehr von den Dingern herzustellen. Pass auf die Schrumpfstrahlen auf. Ja, kein Ding. Äh, erst mal die Dinger kaputt machen. Vorratkisten kaputt machen. So, wir sind rot. Wow, wow, wow. Ganz ruhig, Digga. So. Hör durch. Hm, 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 hm. Komm, gib Gas. So. Folge dem Pfeil. Ist gut. So, hallo. Hirnmaschinen noch was terrorisieren. Nährstoffe. Freiwillige melden sich bitte auf ihrem Aufseher. Äh, bei ihrem Aufseher. Irgendwas, keine Ahnung. Ach, genau. Und die Gelb. Folge dem Pfeil. Die schrumpfen einen, ja. Okay, gehen wir einfach durch, ey. Oh, das war cool gemacht, ne? Freiwillige, bleiche Sklaven. Oder bleiche Sklaven. Ich hab den Weg markiert. Immer weit. Oh, da gehen wir mal rein, ne? Möchte ich mal sagen. Da, lassen wir uns doch nicht hingehen. Äh. Die, der fahrt wieder, äh. Ach, fuck you. Befrei die Arbeiter, aber lass dich nicht schrumpfen. Okay. Ist gut. Wow. Mööö. Und. Mööö. Oh, schade. Und durch. Oh mein Gott. Wow. Wow. Bam. Und bam. Oh, fuck. Oh, fuck you. Wo soll ich jetzt Farbe herbekommen? Ah, okay. Autsch. Ah, schmerzhaft. Wir holen uns hier mal ein bisschen Farbe. Würde ich mal sagen. Komm, ehrlich. Bam. Einmal nur. Komm schon, Digga. So. Jetzt legen wir mal los. So. Und noch ein bisschen weiter, Blopf. Oh. Scheiße. So. Noch noch drüben. Oh. So, das war's dann doch. Unaufhaltsam. Okay, die Dinger sind hier schon down. Geht's weiter. Da oben. Da oben. Macht's halt umständlich. So. Und kommen wir wieder raus. Lass uns da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Äh, ja. Achso. Da hoch. Blub, 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 blub. Wow. Gibt's Inspirationen zu holen? Juhu. Oh, der Penner, ey. Ich glaub's ja. Wo sind die Dinger? Hallo. Achso. Ha. Perfekt. Was muss ich überhaupt machen? Achso, den Fallen folgen. Wow. So, benutzt den roten Schalter, um die Brücke auszufahren. Immer weiter, Blub. Bäh, fick dich. Ein Leben für uns. Sehr schön. Und da geht's ja hoch. Uh, ha. Behälter gefüllt mit Schüppnerscheiden. Mal sie blau an. Boah. Iiii. 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 Verpiss dich. Autsch. Ah, schmerzhaft. Ähm. Bleich-TV-Mangel erreicht kritische Ausmaß. Schlaf- und Ruhezeiten bis auf weitere... So, gestrichen. Uh, bitter. Nein, das sammeln wir. Doch, wir sammeln sie ein. Das sind cool. So, zerquetschelt. Äh, das letzte Angebot an Ink-Agenten. Nein, 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 nein. Ihr wisst euch. Dich auch kaputt machen. Und wir sind... Farblos. Rot. So. Aufsicht. Ich mach mal her, ich will nicht in die Zinte da. Okay, dann nicht. Oh mein Gott. Oh scheiße, ey. Alter Schwere. Die hauen dann schon Berge rein. Okay, wir haben den Rot. Wir müssen nur erwarten, dass der Rot ist. Wer ist das? So. Eine Transformationsmaschine. Yeah. Baby. Lass uns loslegen. Ich glaube, transformiere den Hauptproduktionsturm. Okay, wir nutzen die Transformationsmaschine, um den Turm zu transformieren. Erstmal kaputt machen hier. Soll ich erst erst mal färben oder so. Hallo Gehirn. Hallo. Kicken wir irgendwas, wenn wir es färben? Nö. Oh fuck. My fault. So. Dann transformieren wir mal die Scheiße hier. Bam. Und... Ja. Ja, das Gehirn ist weg. Lass uns anpacken, Blob. Yay, Digga. Yay. So, es speichert. Und... Ich muss an dieser Stelle hier aufhören. Hirnabschaltung im Hauptproduktionsturm. Fabrik jetzt um 23% dümmer. Maschinen bauen jetzt... Äh, bauen jetzt Arbeiter aus Bleich-TVs zusammen. Allerschwiede, geil. Ja. Ähm... Genau, ich muss es aufhören, weil ich leider keine Zeit mehr habe. Und... Ich wollte noch was ankündigen. Ich bin jetzt... Äh... Die letzten... Die nächsten paar Tage bis... Äh... Montag nicht da. Italien. Ja. Und... Kann ich auch keine Videos zu laden. Tut mir leid. Und... Ja. Ich schreibe es auch nochmal in die Beschreibung. Also, dann mache ich hier mal einen Cut, ne? Also, bis... Später dann. Bis zum nächsten Part. Tschüss.